Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Kleines Update vom PFA 1.3a des Bahnprojektes Stuttgart 21. Unterbau der Fahrbahn ist hergestellt. Leitungsmasten sind gesetzt. Nun bekommen die Rettungswege noch ihre Frostschutzschicht verpasst. Zwischen Sicherheitsmauer, also der Absicherung zur Autobahn hin und dem Gleisfeld wartet der Mutterboden auf grün. Stuttgart 2.3a 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 Auch eine Methode Erde aufzulockern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Baustelle langsam aussicher ihrem Ende entgegen zieht. Noch ist Material auf dem Umschlagplatz verhangen, das abgefahren werden muss. Ein Unimog sorgt mit Kehrbesen für Sauberkeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Keine Aktivitäten im Bereich des Bosch Parkhauses, dafür ein Stück weiter in Fahrt Richtung Ulm. Da wird tatsächlich noch Tunnelmaterial abgekippt und gleich wieder aufs Sattelkipper verladen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Ich hoffe es hat euch gefallen. Vergesst nicht ein Like zu geben und ein Abo und die Benachrichtigung für die neuen Videos zu aktivieren. Bleibt gesund und tschüss. Ich hoffe es hat euch gefallen.